ihr lieben herzlich willkommen zurück noch stehen wir nur zu zweit auf der bühne jetzt müssen wir noch unsere anderen band kollegen davon überzeugen mit uns aufzutreten ich würde sagen dann lasst uns doch hier einfach gleich weitermachen das haben wir hier für ein zimmer der biker gang da sind sie alle kurs sich der gruppe angeschlossen okay hierüber ich bin dran noch nie in meinem leben habe ich mir öffentlich in die hose gekackt trinken oder nicht trinken das ist hier frage wenn das eine lüge wäre müsste man trinken zum glück nicht gleich nimmt an seinem getränk nicht dass ich unbedingt wissen muss darauf trinkst du dann würdest du das zugeben in auch noch krise du bist dran noch nie in meinem leben war ich in jemanden aus der theater agi verknallt nur costa die ihn trinkt was kein kommentar machen wir weiter noch nie in meinem leben ich wünschte ich wüsste weniger über euch und was jetzt diese party ist so öde ach zieht euch das rein wie wäre es denn wenn wir feuerwerk an einem alligator befestigen und ihn auf die bühne auf der bühne tanzen lassen das findest du lustig ist das nicht ziel quälerei hat jemand eine bessere idee course warum siehst du dich nicht draußen ein bisschen um und nimm den hier mit mysteriöser schlüssel vielleicht für das tor hinten warum hast du den fragen ich kann man ja auch das hat ist immer noch das ja aber erst mal gucken wir uns hier noch um sein ist love tut so als würde er mich hassen dabei will er ständig mit mir abhängen er hat halt sonst keine freunde sei still dann kann es losgehen spielst du mit kosei yes klar was spielen wir oh ja du spielst gegen mich und stan is love äh das wäre nicht fair ganz easy du bist einfach zweimal dran dein einer sind 500 flaschen warte mal wir spielen um spaß na gut du fängst an hatten es noch nie gespielt aber es scheint nicht allzu schwer zu sein du wachst den ersten stoß selbstbewusst stößt du deinem kühl zu der ganze tisch wackelt durch den aufbau und die weiße kugel kracht gegen die bande es gelingt dir drei kugeln einzulachen du hast nicht erwähnt dass du das drauf hast gut dass ich kein geld gesetzt habe seht euch das an du versuchst eine trickshot bei dem du den kühl hinter dem rücken hältst das war ja wohl fast sehr gut du setzt sich versehentlich auf deinen kühl er bricht in zwei scheiße halbherzig gibst du der weißen kugel einen stoß mit dem kühl und es gelingt dir drei kugeln einzulachen das ist doch ein witz verdammt werden keine chance wenn du mich nicht sabotiert hättest hätten wir eine chance gehabt wann habe ich dich denn sabotiert aber als du mir die bilder von den mädchen gezeigt hast und mich gefragt hast mit welcher ich ausgehen will als ich gerade dran war ach das ich dachte damit würde ich dich motivieren wir haben jedenfalls gesagt dass wir nicht um geld spielen aber das war echt beeindruckend kostet hier nehmen die jetzt haben wir 500 flaschen bekommen bekommen was haben wir hier wo ein spiel wäre cool vielleicht sind beim nächsten mal okay wir brauchen also irgendeinen plan was sagt er hier haben wir gespielt und jetzt diese parte braucht mehr abwechslung okay zum glück können wir uns hier umgesehen also der schlüssel kommt der faste fehler vielleicht an nee ach so jetzt jetzt du schließt das tor auf mit einem quietschen schwingt es auf dann mal sehen was da drin ist erst mal ganz viele flaschen und gute sorry leute ich mag das einfach es muss einfach sein ich will mir einfach alles kaufen was gibt hier könnte durch ist hier sonst noch irgendwas zu sagen dazu dann lasst uns mal reingehen ähm sind das überwachungskameras wie lang geht denn welcher sieht er mich hier die halten hier ziehen und was sind das für knöpfe jetzt habe ich doch auf der party gesehen wartet mal das war rot hier war pink das war blau glaube ich ah das erste war dann gelb das ist ein echt schriegesicherheitssystem für diese scheune und auch nicht besonders effektiv oh gott koppelschloss wurde aufgebrochen scheunen sicherheitssystem ist aktiviert shit ich habe nichts gesagt ah ich kann die zerhauen dringlichkeit wurde festgesetzt und wird vom gelände entfernt oh shit diesmal muss ich noch vorsichtiger sein ok sieht man mich denn hier ne ja dann machen wir es doch so jetzt guckt hier gerade keiner hin also ich will eigentlich aus prinzip jetzt alle zerstören also weil so ähm jetzt sind die ziehen auf die party hoffentlich gerannt gucken wir doch mal yes ich bin so schlau was zur hölle sie frisst mein kostüm haha das ist viel lustiger gefällt dir die party jetzt dann ist noch viel besser das muss ich schon zugeben betrachte das als dankeschön große kackensaft wurde deinem inventar ähm hinzugefügt wer das trinkt plaudert sämtliche geheimnisse aus es gibt sicher etwas das du herausfinden möchtest was hast du ihm gegeben nichts erinnst sich zu dir hinüber nutzer ist mein verdacht was auch immer müssen wir nicht auf die bühne kostadin wir sollten uns besser fertig machen du hast recht ja ich könnte diesen trank doch broccoli girl jetzt einfach geben und zwar wenn ich ins clubzimmer gehe ins spielezimmer gehe ja dann erzählt sie das bestimmt was ist das nur etwas krisch sirup ist echt gut nur ein bisschen stark genau was ich brauche broccoli girl kippt den krakensaft hinunter hm ich fühle mich irgendwie komisch ist das nochmal sie bekommt schluck auf kurs ich weiß wir kennen uns noch nicht so lange aber es gibt da etwas das habe ich noch niemandem erzählt es heißt der man kommt am schnellsten über jemanden hinweg indem man sich in jemanden verliebt naja ich glaube ich habe jemanden gefunden es ist john aus der theater geht er ist so süß wie er immer auf seinem bein steht aber er weiß noch nicht dass ich ihn mag naja das ist so peinlich wenn ich jetzt ihm das nur sagen könnte was ist wenn er kein interesse hat sie beginnt zu weinen vielleicht könnte ich helfen ihm die botschaft zu überbringen ja bestimmt da ist er doch es ist so friedlich hier drinnen Frieden kommt von innen mein Freund broccoli girl mag dich oh das kommt jetzt unerwartet ich sollte sie darauf ansprechen hey broccoli girl äh äh hallo ich habe von deiner zuneigung gehört und fühle mich sehr geehrt w-w-was was für eine petze leider bleiben dicke Gefühle jedoch unerwartet trotzdem wünsche ich dir auf deiner spirituellen Reise alles Gute ich m-m-moment äh ich habe so sad das ist alles Jungs sind scheiße wow was schreist du hier so herum viel B-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m Total Feel ehhh ich meine ah was gibt's ich bin in die Biker-Gang äh sicher Broccoli gliurl schlümmt auf dem Boden zum Teufel ich fühle mich schon viel besser machen wir jetzt Musik oder was Wo ist er bewegt? Dein Arsch hierher. Jetzt ist ja sehr die Mahndinge. It's Party Time, Leute. Ich will mal so eine Ziege anquatschen. Okay, na dann. Kannst losgehen. Ich glaube, ja. Pass auf, ich kosse. Okay, Leute. Wir sind Midnight Riot. Und unsere erste Single heißt Von diesem Brot kriege ich nie genug. Was? Die ganze Schule ist da Und ich habe ewig nicht mehr gespielt. Okay, okay. Keine Panik. Versuchst mit einem schlägigen Klang Du stellst das Keyboard versehentlich auf Fultz-Geräusche. Du schlägst dein schräges Keyboard-Riff Entlang Fultz-Schön. Die Menge tobt. Alle springen wie wild auf und ab Und jubeln dir zu. Das läuft besser als erwartet. Dein Blick fällt auf ein Mikrofon In deiner Nähe. Ich könnte es als Blackhornsänger probieren. Oh, das war so knapp. Deine Stimme harmoniert Überraschung gut mit Wladimirs. Er klingt noch engelsgleicher Und die ersten Schlüpfer fliegen auf die Bühne. Beachte mich, Wladimir! Wladimir bemerkt sie Und zwinkert ihr zu. Sie fällt in Ohnmacht. Okay, ich krieg das schon hin. Während des Spiels tanzt du halbherzig auf der Stelle. Durch! Dadurch gerät deine Hose ins Rutschen Und macht sich auf den Weg Richtung Fußknöchel. Oh nein, ich hab... Ach, fuck. Da stand erst Ehre. Zum Glück hast du heute eine besonders coole Unterhose an. Die Menge ist begeistert und ruft zu dir. Du solltest auch dein Schotter ziehen. Was? Du bist rot. Ich ziehe gar nichts aus. Wir dienenst du die Fans. Große. Hauptsache, die Menge tobt. Zoscha waren begeistert. Sie können gar nicht genug von euch kriegen. Ich wusste doch, dass das nach draußen war, das Kleine. Das hat sich toll angefühlt. Ich fühle mich neu geboren. Ich war etwas peinlich mit meinem Theater, oder? Ach. So geht das jedem Mal. Aber ich bin schon froh, dass ich mir die Schimpftriaden über deinen Ex nicht mehr anhören muss. Wir hören jetzt der Vergangenheit an. Schön, dass du wieder die Alte bist. Das Ammonet leuchtet. Was mache ich jetzt? Oh. 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 Die ersten Wurzeln verschwinden. Danke, Krakenschüler. Warst du das? Ja, ich habe der Musik-Alg die Verdorbenheit ausgetrieben. Die Zerstörung, der wir uns jetzt gegenüber sehen, ist die Folge eines tragischen Vorwahls, der zehn Jahre zurückliegt. Was ist passiert? Für die Antwort bist du noch nicht bereit. Tolle Geschichte. Diese Zeitlinie ist beinahe vorüber. Du musst dein Amulett einsetzen und durch die Zeit zurückreisen, Schüler. Krakenschüler, du schlägst den falschen Weg ein. Du musst dein Amulett einsetzen, bevor du deine Reise fortsetzen kannst. Ach ja, ich dachte, ich gucke mich halt hier kurz um. Okay. Machen wir das doch. Möchtest du wirklich in der Zeit zurückreisen? Ja. Du behältst deine Gegenstände, aber Menschen vergessen, dass du mit ihnen gesprochen hast. Ist okay. Außer aus dem Fehlern, es ist Montagmorgen. Hör auf, dich zu beschweren. Wenn du dich erst eingelebt hast, wird es dir bestimmt gefallen. Ich verstehe einfach nicht, wieso meine Schwester in den coolen Club darf. Da sieht man, wer hier das Lieblingskind ist. Das stimmt nicht. Ich liebe beide von euch gleich. Ich... Warte mal. Oh Gott, ihr habt gesehen, die scheiß Flaschendinger sind wieder da. Und deswegen kriege ich Dislikes, oder? Es liegt an den Flaschendingern. Glückwunsch zum Abschluss deiner ersten Mission, mein teurer Schüler. Bekomme ich was dafür? Nur die Genugtuung der Welt, etwas Gutes getan zu haben. Also, was jetzt? Als nächstes musst du Rusa, die Wächterin der Kunst AG, befreien. Ich habe in der talentierten Kunstschülerin Patitsa eine gewisse Unausgeglichenheit festgestellt. Das ist der Hund. Finde heraus, was ihr zu schaffen macht und bringe sie wieder ins Gleichgewicht. Okay, aber wie komme ich in die Kunst AG rein? Ich bin kein Mitglied. Auch wenn du kein Mitglied bist, kannst du in Sixthütte den Ausweis der Kunst AG kaufen. Na toll, auf dem Kerl freue ich mich so gar nicht. Ist bei den Marktständen im Süden richtig? Korrekt. Okay, dann werde ich mir mal einen Ausweis der Kunst AG besorgen. Hoffentlich habe ich genug Geld. Ja, Mops mit Leidenschaft. Okay, ich hatte recht. Nein, ich durchsuche jetzt nicht alles. Nur so hier, wo wir so gerade sind. So, ein paar Flaschen mitgenommen und auf der Seite noch und dann geht's weiter. Das ist nett. Ich habe den Direktor noch nie gesehen. Ist der denn seltsam? Das kennen wir schon, natürlich. Na, dann gehen wir nochmal nach unten. Yes, Dinge zum Kaputtmachen sind wieder erschienen. So, hier bist du Gold. Richtig, Junge. Oh, uns fehlt ein bisschen was. Okay, dann. Es tut mir leid, Leute. Aber zum Glück habe ich die ganze Zeit gefarmt. Achso, wir haben ja eh genug Flaschen. Ich muss die nur einem Automaten abgeben. So, dann lasst uns doch mal zu so einem Automaten. Hier war keiner. Doch, hier. Yes, sehr gut. Dann holen wir uns das doch gleich noch mit. So. Zack, 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 zack. Jetzt machen wir einfach so viel Spaß hier alles. So, Flaschenautomat. Wir wollen abgeben. So, jetzt laufen wir da runter. Seht ihr, es lohnt sich nämlich doch, dass ich nebenbei farme. Wie toll ist denn der nächste? Okay, jetzt haben wir einen Kunst-Aggie-Ausweis. Wir können gucken, ob wir hier noch was kaufen können. Nee. Ich will... Auf das hätte ich Lust. So. Die Kunst-Aggie. Ist das hier die Kunst-Aggie? Oder ist hier rechts die Kunst-Aggie? Nee, rechts ist Sport. Und Theater. Also ist das Kunst. Hey. So, jetzt müssen wir in den Inventar. Karte der Musik-Aggie. Ah, die haben wir automatisch. So, willkommen in der Kunst-Aggie, ihr Lieben. Wir gucken uns, wer uns jetzt auch in der Folge noch so ein bisschen an, ne? Wir farmen auch schon mal ein bisschen vor. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt. Es ist einfach praktischer, wenn ich das gleiche mache. Ich habe nämlich überhaupt keinen Bock, dass ich irgendwann an so einen Punkt komme. Wo ich dann farmen muss, weil mir Zeug fehlt. So, wir gucken uns ja hier egal drum. Und dann quatschen wir doch immer jeden an. Wir müssen unseren Beitrag für die Kunst-Ausstellung fertig machen. Aber Nikolai hängt nur voll rum. Okay. Nikolai, wir brauchen halt Hühner. Die finden wir hier bestimmt auch irgendwo. In irgendeinem dieser anderen Abschnitte. Deswegen konnten wir beim ersten Mal den Kuchen nicht machen. Ich bin echt gespannt. Also mir gefällt es super gut. Ich finde, es ist super gut geschrieben. Ich mag die Musik total gerne. So viel zu tun. Brauchst du Hilfe? Das wäre super. Am Mittwoch findet die Kunst-Ausstellung statt und ich muss diese Poster aufhängen. Meine Skulptur ist aber noch nicht fertig. Ich habe keine Zeit dafür. Ich muss die Welt retten. Aber klar, wie Zeit verboten ginge. Ach. Wo sollen sie denn hin? Auf jedes Gebäude. Kunst-Age muss eins hin. Alles klar. Annas Poster. Sie mag Bildhauerei, mag nicht Menschenmengen. Ich habe versehentlich mein Konto gelöscht. Und hier kommt mein dritter Versuch. Ups. Was hat sie hier? Das funktioniert noch nicht. Ein paar unfertige Skulpturen. Okay. Wenn wir jetzt... Was gibt es denn hier? Naja. Manjagen. Annas Poster. Ich weiß zwar nicht, wo die genau hin müssen. An der draußen wahrscheinlich. So. Das funktioniert... Achso, ja. Das wollten wir auch nicht. Sorry. Ich wollte... Das war irgendwie auch hässlich, das die ganze Zeit im Kopf zu haben. Das können wir nicht machen. Das ist das... Sterilste und langweiligste Zimmer, das ich je gesehen habe. Ähm. Ich würde sagen, unser Zimmer war am Anfang langweiliger. Können wir in den Büchern was sehen? Wer auch immer hier wohnt, scheint seine Bücher jeden Tag abzustauben. Krass. Geil. Hier liegt eine Menge Hundespielzeuge. Ah, dann wissen wir auch, was im Zimmer das ist. Hundeleckerlis haben auf meinem Schreibtisch nichts zu suchen. Okay. Hier wohnt also unsere Person, die den nächsten Geist in sich trägt. So. Ah ja, hier. Guck mal. Der Platz dafür. So, das hätten wir. Zack. Oh ja, wir haben uns zwar auf einmal zu hauen, das ist natürlich praktisch. Hier können wir wieder eine Zeit drehen. Ich habe meine... Ich habe Wochen an meinem Beet gesessen. Ob es gut genug für die Ausstellung ist? Oh, das ist ein Grill. Es macht sich ja niemandem was aus, wenn ich den wegnehme. Yes. Mit dem können wir Broccoli Girl glücklich machen. Elfjähriges Mädchen vermisst. Diese Schule, der Sport AG, ist seit zwei Wochen verschwunden. Die Schülerin, sorry. Zu letzter an einem windigen Tag auf dem Markt, während eines Tanzes im warmen Sonnenlicht gesehen. Bitte wenden Sie sich. Die Schule, falls Sie Informationen zum Verbleib haben. Zerschlagen. Zack, 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 zack. So. Dann haben wir die auch alle eingesammelt. Dann gucken wir doch mal, was hier drin so zu finden ist. Hallo? Heute findet keine Ausstellung statt. Du solltest am Mittwoch wieder kommen. Was machst du hier? Also Mittwoch ist... Ausstellung. Was machst du denn hier? Solltest du nicht im Unterricht sein? Tja, du etwa nicht? Keine Ahnung, warum. Die hier rumliegt. Eine Fackel haben wir gefunden. Ah, genau. Du kannst sie nicht für die Tür benutzen. Okay, ja. Das wissen wir. Ich würde sagen... An der Stelle... Wir haben jetzt ja ein bisschen was erkundet. Hier geht es bestimmt nicht mehr weiter. Bevor wir quasi jetzt uns die nächsten Häuser noch angucken und dann irgendwie mal gucken, was wir jetzt alles... Also könnten wir jetzt das Picknick theoretisch ja drüben machen. Aber was wir so alles noch ändern können und wie es hier jetzt weitergeht auf der anderen Seite, das erfahrt ihr dann in der nächsten Folge. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Tschüss.